hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell heute gibt es wieder ein unboxing und zwar packe ich heute für euch das msm pizzablech für die icti fried 2 in 1 von tefal aus schaut sojahn ich hoffe es gefällt euch ja msm liefert ihren pizzablech als zubehör artikel für die tefal acti frei total süß gemacht geliefert wird das ganze in einem pizzakarton also echt eine tolle idee und auch ordnungsgebiet adressiert an koch mal schnell und noch mal schauen was msm hier mit diesem süßen pizzakarton so alles liefern packen wir aus wichtige info noch auf der rückseite da sieht man schon die maße 28 zentimeter durchmesser vier zentimeter rand also eher so die kleinen bis mittleren pizzen dass man da schon mal weiß für den teig später kommt manchmal den karton auf und gucke mal was denn von msm hier in diesem wirklich süßen karton in der tollen idee geliefert wird man seht ihr hier alles in der plastiktüte auch nicht verpackt aber auch hier die tüte und da haben wir dann die sachen im blech schon drin zunächst mal hier oben dieses drehkreuz ich nenne das mal so was man später auf die achse steckt wo dann die eigentliche das eigentliche pizza weg und drauf kommt ein bisschen papier wieder drin vorsicht heiß schreiben wir hier schon die jungs und das machen nicht umsonst das ist deshalb wichtig weil es nämlich auch keinen griff gibt für das blech also ihr müsst dann beim rausnehmen wirklich vorsichtig sein auf der rückseite sieht man schon mal in vier schritten wie man was einsetzt zeige ich euch gleich wie das funktioniert ja dann haben wir hier diesen kleinen tütchen haben wir die zwei teile die wir noch einsetzen müssen das ist einmal in dieser ring der unten auf die achse kommt und dann diese rechnen erstmal dicht platte die man vorne einsetzt das war es auch schon können wir mal zusammenbauen und mal gucken ob das geht ja aktiver hier aufgebaut ich nehme mal für euch den deckel raus dass ein bisschen besser sehen könnt von oben wir müssen natürlich jetzt wenn wir das pizza gleich einsetzen erstmal alles andere rausnehmen das soll er hier dann so mit dem drehkreuz eingesetzt werden das passt auch seht ihr dieses kreuz passt unten auf die unterseite also erstmal den ganzen einsatz raus deckel mit griff hier dann setzt man zunächst diese kleine scheibe ein und die passt auch genau auf diese achse hier die legt man einfach nur drüber und dann passt die auch und dann kommt das drehkreuz hier auf diese achse so dass die die pins an der seite nach oben zeigen mit den mit den gummi schützern und dann setzen wir da drauf jetzt hier unser pizzablech und das geht natürlich genau drauf und wenn man es drauf ist sollte es eigentlich selber reinrutschen das macht es bei mir nicht so richtig also man hat immer so ein bisschen spiel müsst ihr gucken dass es genau in der mitte zentriert dass es wirklich passt einfach mal zwischendurch mit den fingern gucken ob ihr den gleichen abstand habt damit es nicht eiert wird aber wahrscheinlich trotzdem gehen also ist so ein bisschen beweglich aber das tut der sache tatsächlich in der praxis keinen abbruch ja dann müssen wir noch als drittes hier diese kleine platte einsetzen die ist notwendig denn vorne ist ja durch das herausnehmen des topfes mit dem griff ist eine lücke entstanden und da würde jetzt natürlich die ganze heiße luft vorne raus kommen und damit das nicht passiert verschließt man eben hier dieses loch mit der kleinen platte und die geht auch nur auf eine seite rein wenn man den deckel schließt dann sieht man das ist auch wirklich dicht also das ist wirklich praktisch gemacht die stelle und ist einfach also es ist nicht kompliziert so viel also jetzt zum aufbauen das war es auch schon viel mehr gibt es nicht aufzubauen hier ja bin ich zufrieden ja ich finde es gut gemacht vorne mit der platte das geht schnell dass das einfach das ist echt kein problem und das zusammenbauen war auch echt wirklich easy das ging ja dann echt schnell und mit der mit dem pizzablech selber muss man wie gesagt so ein bisschen gucken dass es auch wirklich bündig ist aber auch das ist jetzt wirklich meckern auf hohem niveau da passiert nichts und selbst wenn es ein bisschen eiert das wird wohl der pizza oder was immer ihr macht keinen abbruch tun eben einfach mit der hand zentrieren hier ansonsten ist das schön gemacht das blech ist massiv das ist gut beschichtet also auch das macht guten eindruck rückwärts alles ganz einfach blech raus das drehkreuz wieder rausnehmen hier dann anschließend nachdem man das drehkreuz entfernt hat aufpassen dass man auch die scheibe wieder raus nimmt sonst ist euer topf zu hoch und natürlich als letztes teil vorne diese verschlussplatte wieder alles schön aufheben irgendwie die plastiktüte oder so dass er wieder findet und wir können unseren topf wieder einsetzen und die aktiver ist wieder ganz normal zusammengesetzt so wie sie im originalzustand ist tolle sache also mir hat das msm pizza blech wirklich gefallen wenn es euch auch gefallen hat da gibt mir einen daumen hoch und abonniert gerne meinen kanal und ansonsten bis demnächst bei komm mal schnell